Deutschland hat einen Haftbefehl gegen den ukrainischen Tauchlehrer Volodymyr Z. wegen der Nordstream-Sprengung in 2022 erteilt, berichten deutsche Medien. Dass der Verdächtige ein ukrainischer Staatsbürger ist, ist das eine. Ich würde daraus noch keine Rückschlüsse ziehen, was die Beteiligung von Staaten angeht. Das muss sicher ermittelt werden, aber immerhin gibt es erste Fahndungserfolge jetzt, Ermittlungserfolge. Der europäische Haftbefehl sei schon vor Monaten von deutscher Seite aus übermittelt worden. Trotzdem ist es dem Verdächtigen Volodymyr Z. gelungen, Polen zu verlassen. Möglicherweise wurde er gewarnt. Sein derzeitiger Aufenthaltsort ist den Ermittlern nicht bekannt. Diese unterscheiden Untertitelung im Auftrag des ZDF, des Aus左 녹urs Das ist ein�- Senschi ist ein Star fav. » im Hinblick auf –